Riesenverdienstmöglichkeit für Sie. Ja, Sie sind gemeint, liebe Zuhörer. Ja, wenn Sie sozusagen auch wie Jeff Bezos irgendwie reich werden wollen, ich will das nicht unbedingt, aber ich will reich an Glück werden, an Lebensglück. Aber letztendlich ist das Know-how, das der Weltrat und der Arbeitskreis, die nextscientistsforfuture.de, nextscientistsforfuture.de in den letzten 52 Jahren angesammelt hat, ist das praktisch das wertvollste Großunternehmenscoaching und Staatscoaching aller Zeiten und hat einen Wert von vielen, vielen Billionen. Denn wenn ich mir vorstelle, man würde dieses Staatscoaching und Großunternehmenscoaching auf alle Großunternehmen der Welt und auf alle Staaten anwenden, dann kann man die Zahl der Billionen wahrscheinlich kaum ausrechnen, die das wert wäre an Gewinn, an rein jetzt nur finanziellem Gewinn, ganz unabhängig von dem Glücksgewinn, ja, denn wir würden jetzt nur den Gesundheitsgewinn und den Langlebigkeitsgewinn nur als Finanzzahlen werten und gar nicht als Lebensqualität, wäre gar nicht da mit drin. Es wäre nur der finanzielle Wert, den es bringt, wenn Leute anstatt unendlich teuer, schwer krank zu werden, krebskrank zu werden, sozusagen diese Gelder einsparend und gewinnbringend entsprechend topfit und gesund sind und kreativ in ihren Unternehmen neue Produkte entwickeln, statt Krebs zu bekommen. Ja, das ist ja der Scheideweg der Menschheit. Und deswegen, wir haben ja gesagt, dass wir bereit sind, wir haben einfach mal eine Zahl genannt, eine Milliarde Euro würden wir abgeben von den Geldern, also wir werden dann im neuen Jahr im Moment scheinen, fast alle in Urlaub zu sein. Ja, das bedeutet dann aus meiner Sicht, dass sie sich offensichtlich auch gar nicht an die Corona-Regeln halten, denn wie kann ich in Urlaub reisen oder große Besuche machen, wenn ich doch angeblich jegliche Kontakte vermeiden soll. Ja, dann gut, aber die sind halt alle in Urlaub und wir haben schon die Liste rausgesucht, all der größten Unternehmensberater oder Managementberatungsfirmen der Welt. Ja, und ja, vielleicht ist ja eine dieser Firmen nicht so absolut inkompetent, dass sie in der Lage ist zu verstehen, was das bedeutet, den antikooperativen Aspekt zu beenden und damit Billionen an Geldern plus zu machen. Ja, oder pro Großunternehmen vielleicht viele, viele Millionen plus zu machen. Und wir haben gesagt, von allem Geld, was auf das Konto unseres Kassierers eingeht, sozusagen, bekommen die vermittelnden Instanzen, können sich dann untereinander aufteilen, sozusagen, bis zu einer Milliarde Euro erst mal im ersten Anlauf. Es kann natürlich sein, dass irgendeine Firma so klug ist und dass sie sagt, naja gut, der Wert des Ganzen ist ja viel größer und wir möchten gerne zwei Milliarden haben oder so. Das kann auch passieren, da muss man dann drüber verhandeln. Ja, dann gehe ich jetzt aber mal chronologisch vor. Also, noch einmal, weil es so wichtig ist, die Kernsätze, weil auch die Parteien, ja bei den Parteien ist meine persönliche Befürchtung, ich hoffe, ich habe Unrecht, aber meine persönliche Befürchtung ist, dass die Parteien allerhöchstens mit 4,8 Prozent scheitern werden und dann sozusagen schon am Ende sind, bevor sie begonnen haben, weil ja unsere Analyse der Wahlprogramme für Baden-Württemberg zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich um relativ radikale, öko-linke Parteiprogrammatik handelt, die vom normalen Wähler normalerweise eher im Bereich 0,2 Prozent gewählt wird, sozusagen solche Programmatiken, voll von moralischen guten Ideen und Aspekten und Appellen und so weiter, gegen die aber die Masse der WählerInnen wohl allergisch ist, weil es sich sozusagen die Wähler dann irgendwo schon auch spüren, dass dieses ganze Moralische bedeutet, dass die WählerInnen sozusagen davon gar nichts haben, sondern nur eher den Schaden davon haben, von solch einem moralischen Wahlprogramm. Ja, das liegt eben daran, dass auch in den Parteien natürlich auch lauter Vertreter bestimmter Spaten sind, die dann wieder ihre vorteilbringenden Irrtümer einbringen, die für den Rest der Parteimitglieder, auf den Rest der Parteimitglieder wirken, als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, also die den Rest der Partei dann infizieren und manipulieren mit Irrtümern. Und dadurch kommt es dann wahrscheinlich zu einem solch grundsätzlich hochproblematischen, hypermoralischen Parteiprogramm, das zwar gut klingt, aber in Wahrheit eher gegen die Wähler geht, gegen die meisten WählerInnen geht. Und das, fürchte ich, wird dann nicht gewählt werden. Und der andere schlimme Fall ist, stellen wir uns vor, eine dieser Parteien erreicht dann tatsächlich 5,0 Prozent, dann kann es wiederum sein, dass sie sich dann ausruht und denkt, sie sei jetzt damit also schon auf dem Weg zur Großpartei, obwohl sie dann vielleicht schon ihr Maximum erreicht hat, weil das Parteiprogramm einfach nicht die 56 Prozent hergibt, die die Next Scientists for Future in einer simulierten Bundestagswahl erreicht haben, sondern dass das Programm an sich hat schon nur ein Potenzial von 5, 6 Prozent Maximum. Und das haben die dann also quasi schon erreicht und merken dann nicht, dass sie sozusagen dann trotzdem, man kann auch mit 5 Prozent eine völlig bedeutungslose Partei sein, die überhaupt keinen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Ja, aber nochmal der Kernsatz ist, also ach so, erst mal hier unten rechts, wieder an dem rundlichen Ding schneller drehen, noch einmal die Kernsätze, weil das so wichtig ist. Die Welt, die gesamte Welt ist 160 Jahre hinter der Wissenschaft zurück. Sogar die Universitäten sind in weiten Bereichen so pseudowissenschaftlich, dass sie 160 Jahre hinter der Wissenschaft zurück sind. Das ist der Kernsatz. Und die neue Großentdeckung ist die, dass wir ja, wir leben ja in einer vermeintlich kooperativen Gesellschaft und in jeder Interaktion gibt es, egal welcher Sparte, gibt es einen kooperativen Anteil und einen antikooperativen Anteil, der ungefähr tausendmal größer ist, als es der normale Bürger versteht, wenn er sich klar macht. Ja, also man kann es ja relativ schnell, eine leise Ahnung kriegen, so nach dem Motto, ja, wenn ich zum Supermarkt gehe, dann ist der kooperative Anteil, dass mich der Supermarkt davor schützt, mit seiner, mit der Kooperation, ich gebe ihm Geld und er liefert mir irgendwas zu essen, dass er mich vom Verhungern schützt. Ja, das ist der kooperative Anteil. Aber der antikooperative Anteil besteht daraus zum Beispiel, dass er mich krank macht mit lauter billigst hergestellten, hohe Gewinnspannen bringenden, krankmachenden Nahrungsmitteln, die eher toxisch sind als gesundheitsförderlich. Und da, das wissen schon viele Menschen, das haben viele Menschen begriffen, oder auch jetzt haben viele Menschen begriffen, dass auch im medizinindustriellen Bereich, im Pharmaindustrie und impfindustriellen Bereich, eben auch sehr viele Profite auf Kosten der Menschen gemacht werden. Der antikooperative Anteil wurde für viele jetzt auch sichtbar und spürbar im Pharma-Bereich, im Impfbereich, im Testbereich, im Maskenbereich, im Medizinbereich und so weiter. Da haben jetzt viele, sind quasi insofern, haben erkannt, da gibt es einen großen antikooperativen Anteil, aber trotzdem wird der immer noch unterschätzt. Und die Wahlprogramme gehen gar nicht auf diesen antikooperativen Anteil ein. Und das ist natürlich dramatisch. Und die Schlüsselfrage ist dann, wie verläuft denn bitte schön die Evolution bezüglich des antikooperativen Anteiles grundsätzlich? Und mit dieser Frage sind Sie schon mit einer Fußspitze auf dem neuesten Stand. Und das wäre dann auch schon das Vorwort des Programms. Und des Programms könnte man dann so sagen, ja, da die Menschheit seit 400.000 Jahren Gutes tun, nicht systematisch mit starken, positiven Anreizen belohnt hat, sozusagen, wurde Schlechtes tun, das hat einfach mehr Profit gebracht die letzten 400.000 Jahre. Also sind wir eine Welt des Schlechtes tun gewordens. Und zwar ohne böse Absicht, sondern praktisch fast jeder, der Schlechtes tut in der Welt glaubt, dass sein Schlechtes tun in Wirklichkeit ein Segen für die Menschheit sei. Ja, das ist das Beispiel, dass also auch der Nahrungshersteller, der die Leute mit Zuckerprodukten überschwemmt, wirklich glaubt, dass Zucker ein hochwertige Zutat sei. Genauso wie ich das bei einem Zahnarzt mal erlebt habe, der wirklich glaubte, dass Zucker ein wichtiges Lebensmittel sei. In Wirklichkeit ist es ja ein Kundenbeschaffungsmittel, weil es ja die ganzen kariösen Zähne verursacht bei den Kindern. Und damit dann so quasi Kundschaft für die Zahnärzte bedeutet. Und von daher sozusagen, ja, auch da geht es wieder um den antikooperativen Anteil in der Zahnmedizin. Und ja, letztendlich sozusagen, ja, alles, was anderen Menschen schadet, erlebt der Träger des vorteilbringenden Irrtums ja auch als förderlich und erlebt sich als Retter der Menschheit. Das heißt, jemand, der eine Impfung verkauft, die vielleicht sogar in der Summe am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichtet in der Bevölkerung, die aber richtig viel Geld bringt, der wird einfach tief überzeugt sein, aufgrund seiner eigenen vorteilbringenden Irrtümer, wird er tief überzeugt sein, dass diese Impfung, dass er damit der Retter der Menschheit ist und etwas Segensreiches für die Menschheit bringt. Ja, und so sind nun mal Menschen, so funktioniert die Psyche des Menschen, ja, dass eben sozusagen erfolgreiche Unternehmer sind eben genau bestehend daraus, dass sie irgendwann mal zentrale Irrtümer entwickelt haben und dann sozusagen diese Irrtümer sich als vorteilbringende Irrtümer erwiesen haben, weil sie eben ermöglicht haben, mit gutem Gewissen, ja, ein Beispiel ist noch, es gibt ein, man hat, es gab eine Sendung schon vor längerer Zeit, wo ein Sprecher der Saftindustrie, also süße Säfte, ja, so Orangensaft und andere Säfte, wirklich gesagt hat, ja, das ist doch genauso hochwertig wie in eine reife, süße Frucht hinein zu beißen. Ja, und genau das ist, da ist der vorteilbringende Irrtum und dieser Verbandsvertreter, der glaubte wirklich, wirklich, der glaubte wirklich und war restlos beseelt und überzeugt, dass ein Saft genauso gesund war, wie wenn sie in eine süße, frisch geerntete, reife Frucht hinein beißen. Mittlerweile wissen wir, dass die Wahrheit genau das Gegenteil ist, denn alles, was flüssig ist und süß ist, führt zu einem Zuckereinschuss ins Blut hinein und damit zu Gefahren wie Fettleber, Schädigungen aller Art und so weiter, Diabetes und so weiter. Das heißt also, süße Säfte sind eine der größten Gefahren für unsere Gesundheit, sie sind nämlich im Prinzip genauso schädlich wie ein unendlich gezuckerter Softdrink, weil eben es darauf ankommt, ob Zucker schnell ins Blut schießt oder langsam, beim Kauen der Frucht, ganz langsam in den Körper hineinkommt und in die Blutbahn hineinkommt. Darin liegt der große Unterschied und auch dort sollte man dann auch bei künstlich überzüchteten, künstlich übersüßten Früchten, auf Übersüßung hingezüchteten Früchten schon auch auf die Menge aufpassen, weil auch das kann schon nochmal bedeuten, dass da zu schnell zu viel Zucker ins Blut kommt. Und süße Säfte auf jeden Fall sind auf jeden Fall Krankheitstreiber, aber natürlich ist der Vertreter der Saftindustrie zutiefst von seinem vorteilbringenden Irrtum überzeugt gewesen, dass süße Säfte ein Segen für die Menschheit seien. Und so funktioniert der antikooperative Anteil in der Welt, dass die Leute sich dessen nicht bewusst sind, selber nicht, also die die alle sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer tragen. Und da aber dieser Verbandsvertreter natürlich auch mit seinen Werbemillionen, die ihm zur Verfügung stehen, in den Köpfen der Bevölkerung sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer der Saftindustrie kommen ja als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, manipulativ in den Köpfen der Bevölkerung an. Also so ist in dem Moment ist jeder, der sozusagen über den antikooperativen Anteil in der heutigen, in jeder heutigen Kooperation erfährt, der unterschätzt den um den Faktor 1000, weil er ja auch teilweise denkt, Säfte seien gesund. Und von daher das ist schon perfekt, man könnte sagen, wenn Sie jetzt ahnen, dass es diesen antikooperativen Anteil gibt und dass wir dort viele Milliarden und Billionen Gewinne machen können, Hyperbillionen an Gewinne machen können, dann darf ich Ihnen sagen, Sie unterschätzen wahrscheinlich das Finanzvolumen, das in diesem antikooperativen Aspekt steckt, den unterschätzen Sie wahrscheinlich um den Faktor 1000, denn dafür brauchen Sie 50 Jahre Erfahrung mit Wissenschaft, um gelernt zu haben, ganz andere Augen bekommen zu haben und einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommen zu haben, den Sie über Jahrzehnte erworben haben müssen, um dann sozusagen wie mit einem Scanner auch durch ein Großunternehmen oder einen Staat wandeln zu können per Online-Konferenz und dann überall die Schwachstellen zu finden, die die Einfallstore für antikooperatives Verhalten zu finden, sozusagen. Und auch dort müssen Sie auch in den Unternehmen müssen Sie davon ausgehen, dass die jeweiligen, die sich gerade antikooperativ verhalten, dass die wirklich dann auch ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer jeweils wieder glauben, denn die verhalten sich ja eben auch im Unternehmen wie eine Sparte der Gesellschaft sind Sie dann eine, ist der einzelne Mitarbeiter ja irgendwo auch eine Sparte der Unternehmensgesellschaft und entwickelt eigene vorteilbringende Irrtümer, mit denen die letztendlich sein antikooperatives Verhalten, sein unternehmensschädigendes Verhalten rationalisieren, entschuldigen, rechtfertigen und als gutes Tun ausgeben vor sich selber und vor den anderen. Ja und es ist eben letztendlich diese Sendung hier ist also auch nochmal ein Ruf hinaus in die Welt, dass sie vielleicht haben sie ja Kontakt zu Roland Berger, Kienbaum und zu den anderen viel größeren weltweiten Management Beratungskonzernen und Firmen und zu den größten Public Relations Firmen, die das ja auch machen könnten oder auch sich diese Milliarde verdienen könnten, aber vielleicht haben sie auch andere Wege, wie sie das erreichen können und ja und und wir können nur hoffen, dass wenn das nicht klappt mit dem weil die Leute einfach diesen antikooperativen Anteil drastisch unterschätzen ich war ja früher schon mal acht Stunden bei Boston Consulting Group ja aber auch damals damals hatte ich übrigens das das war vor vielen Jahrzehnten da hatten wir noch nicht diese umfassenden Kenntnisse des antikooperativen Anteils wir hatten dann schon verschiedene Techniken um den kooperativen die Kooperativität im Unternehmen drastisch zu erhöhen aber auch das haben die Leute von Boston Consulting Group nicht nur halb wahrscheinlich verstanden oder nur ein Drittel davon verstanden oder ein Zehntel davon und von dem was wir heute reden davon verstehen sie im jetzigen Zustand wahrscheinlich höchstens ein Tausendstel dessen was da wirklich welche gewaltigen Gewinnmöglichkeiten die Beendigung des antikooperativen Aspektes in Großunternehmen und Staaten bedeuten würde und könnte und was sie daran selbst verdienen könnten ja und dann kommen wir noch mal zu dem Thema Verdienstzuschüsse beim Arbeitsamt also noch einmal sozusagen erst einmal als Überblick ich habe das gestern nicht so genau formuliert gehabt etwas genauer also positive Anreize was sind alles positive Anreize gucken wir mal ob ich das hier irgendwie finde zum Beispiel können positive Anreize sein Ranglisten Topplätze stellen sich vor sie sind als Arzt als Hausarzt oder als Supermarkt Leiter sind sie zum Beispiel in einer Stadt auf den Topplätzen den Top Ranglisten Plätzen platziert dadurch kriegen sie natürlich einen gewaltigen Neukunden Zustrom und das ist ja auch ein gewaltiger positiver Anreiz also schon die Ranglisten Topplatzierung ist ja dann schon sozusagen unheimlich gute Image Pflege und insofern ein gewaltiger positiver Anreiz aber dann kriegen sie ja noch den Neukunden Zustrom der ja bares Geld mit sich bringt und dann kriegen sie ja noch von Staats wegen die Verdienst Zuschüsse für die Gesundheitsverbesserung bei den Kunden und sie kriegen Ehrung oder man kriegt Ehrungen oder Beförderungen Gehaltserhöhung Ausbilderstatus und so weiter das sind alles mögliche positive Anreize und die müssen wir halt so stark und gezielt setzen dass wirklich jegliche möglichst 99,9% des antikooperativen Verhaltens aufhören und entsprechend dabei auch die früher vorteilbringenden Irrtümer jetzt aber dann nachteilbringenden Irrtümer aussterben und überall sich Wahrheit ausbreitet nämlich dann vorteilbringende Wahrheiten sich ausbreiten und dann also positive Anreize da da gibt es die ganze Liste und dann müssen wir nur unterscheiden zwischen den allgemeinen und speziellen Messgrößen allgemeine Messgrößen sind immer die die man überall die überall in eine Berechnungsformel eingehen können ja und spezielle Messgrößen sind zum Beispiel beim Arbeitsamt ja zum Beispiel jetzt hier beim Arbeitsamt sind die speziellen Messgrößen natürlich sozusagen sagen welche Steuer und Abgabenleistung zahlen die Personen die der mit für die der ein Mitarbeiter zuständig ist und wie viel Steuer und Abgabenleistung zahlen diese Mitarbeiter weil er sie schon erfolgreich in Arbeit untergebracht hat und dann könnte man das zum Beispiel könnte es heißen Steuer und Abgabenleistung mal zehn plus Wohlfühlstimmen der Menschen in der Stadt weil wir ja hoffen dass auch dann wenn alle in Arbeit sind das Wohlfühlen der gesamten Stadt auch sich verbessert das gesamten Bezirks für den der Mitarbeiter zuständig ist sich dort auch die Wohlfühlstimmen verbessern weil das einfach ein besseres Klima gibt wenn dort alle in Arbeit sind weil dort auch dann weniger Kriminalität stattfindet und 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 genauso und man könnte jetzt zum Beispiel Wohlfühlstimmen mit zwei Gewichten Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten vielleicht mit 1,5 oder so und Reichtumsdaten vielleicht mit 1 oder so also plus Reichtumsdaten mal 1 und so und so könnte man quasi für jeden für jede Sparte eine mathematische Formel machen die quasi in dem Falle die finanziellen Verdienstzuschüsse ausrechnet für die ehrenamtlich untergebrachten Arbeitnehmer sozusagen die in ehrenamtlichen Einrichtungen untergebracht werden müsste dann eben auch noch ein bestimmter Wert eingesetzt werden dass es trotzdem auch für diese Verdienstzuschüsse gibt ja weil Null Arbeitslosigkeit ja dann ein Ziel ist das auch sonst einen Wert hat für die Gesellschaft ne und für die Menschen und so weiter ja also sie verstehen dass man könnte so mathematische Formen für jede Sparte machen und dann hat man sozusagen kann man an diesen an diesen Formeln immer feilen und die noch ein bisschen präzisieren sodass man sozusagen nicht zu viel an Verdienstzuschüssen zahlen muss und auch nicht zu wenig zahlt also wir müssen ja nur erreichen dass 99,9% des antikooperativen Verhaltens einfach aufhören und entsprechend alle früher vorteilbringenden Irrtümer dann ausgestorben sind und dadurch die Irrtümer aussterben und dann die Wahrheiten die Welt bevölkern und damit dann auch unsere Gehirnwäsche rückgängig wird weil ja alles was uns als in unseren Gehirnen als parasitäre Meme und als Killerviren das Geistes wirkt ja dann letztendlich verschwindet aus unseren Köpfen und durch Wahrheiten ersetzt wird ja also und insofern die neue Erkenntnis auch für alle Psychotherapeuten also es gibt nur eine funktionierende Psychotherapie bis jetzt alles was es bisher gab war ineffizient war ein gutes Geschäft hat Geld gebracht aber war ineffizient weil es gibt nur eine funktionierende Psychotherapie und die ist die von uns die heißt V-I-A-T Vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie oder Vorteilbringende Irrtümer Aussterben Lassenstherapie also auch in den Gesprächen mit Menschen gilt es darum diese Vorteilbringenden Irrtümer die in den Köpfen der Patienten als parasitäre Meme Schäden anrichten und als Killerviren des Geistes Schäden anrichten und die Menschen in die Irre führen sozusagen diese müssen aus den Gehirnen rausgeworfen werden und das ist die effiziente Psychotherapie und wer in Zukunft bei einem System wo es ja dann nur noch für bewiesene nachweisliche erfolgte Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung Geld gibt wer da noch gut verdienen will der muss auf VIAT umstellen also auf Vorteilbringende Irrtümer Aussterbenstherapie kann man bei uns natürlich lernen im Moment natürlich noch kostenlos weil noch ist ja der Weltrat gemeinnützig und vielleicht wird es wird es eben werden viele Leute vielleicht aus dem Weltrat austreten und dann kommerziell tätig sein denn man kann ja nicht der Welt hinterherlaufen ständig mit Geschenken wenn die Welt das Geschenk einfach nicht erkennen kann weil dazu die Klugheit fehlt ja also diese Formel mit unterschiedlichen Gewichtungen das ist das worum es geht sozusagen ja und dann haben wir was haben wir hier noch ja positive Anreiz ja hier habe ich es noch mal stehen verdienst zuschüsse zum Beispiel ranglisten positionen ehrungen beförderungen zustrom an neukunden und 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 ja und dann haben wir als allgemeine Messgrößen sowas wie Wohlfühlstimmen Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten Reichtumsdaten man könnte noch mehr aber bleiben wir erst mal bei denen und dann gibt es eben noch die speziellen Messgrößen und dann sozusagen die positiven Anreize werden gesetzt parallel eben oder zu den speziellen Messgrößen und den allgemeinen Messgrößen ja denken wir nur mal an den antikooperativen Anteil im Abnehmgeschäft ja also da vermute ich dass wir da 20% Kooperationsanteil haben und 80% antikooperativen Anteil also parasitären oder schmarotzerischen Anteil denn man stelle sich doch mal ein wirklich wirksames Abnehmkonzept vor die Firma wäre bald pleite weil sie in ihrem gesamten Umfeld lauter dauerhaft schlanke Leute erzeugt hätte und damit am Ende null Kunden übrig blieben und nach dem jetzigen Bezahlungsschlüssel wäre das der Ruin jedes Abnehm Konzernes also müssen in dem Programm lauter vorteilbringende Irrtümer sein es muss also so sein dass beim Abnehmen sozusagen so viel gedankliche Irrtümer im Konzept mit drin sind dass das Ablehnen letztendlich immer nur vorübergehend oder in kleinen Anteilen gelingt aber im großen Ganzen nicht gelingt weil zum Beispiel die Leute auch nicht glücklich genug werden um dann die Esssucht verlieren zu können denn sie müssen ja letztendlich jede Sucht beruht auf dem Glücksmangel der durch den antikooperativen Anteil erzeugt worden ist also ich kann es ja mal kurz zeigen also noch mal ganz schnell hier ja also wenn wir hier nochmal hier haben wir unseren ersten Früharzt und Frühhändler der noch voll in der Wahrheit lebt und sagt toll dass ihr in diesem matriarchalen Bonobo kommunistischen Kommunen lebt und so glücklich seid darin und so viel Glück im Leben ab Körperkontakt Liebe Zärtlichkeit Massage und so weiter und singen tanzen musizieren bewegen Sport und alles ja und und hier kommt nach dem universellen Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt der erste sich irrende Früharzt und Frühhändler und das entscheidende glückszerstörende Element ist dass er sagt ach ist das ekelhaft widerlich dieser matriarchale bonokommunistische Lebensstil von euch ekelhaft widerlich diese ständige Geschmuse und Geschlecke und Sex und alles ach widerlich hört auf damit das macht ja Kranke das ist ja das ist ja eher krankheitsförderlich ja das ist ja geht ja gar nicht und so kauft lieber meine Medizin kauft meine Impfungen meine Tests und 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 so weiter dann werdet ihr gesund bleiben denn die großen Krank Gesundheitsgefahren sind nicht ein unnatürlicher Ernährungs- und Lebensstil ihr könnt ruhig auch meine detaturierten Lebensmittel kaufen bei mir als Frühhändler die sind genauso gesund wie alles andere auch alles ist gleich gesund und könnt ihr kaufen und so weiter und dadurch werden die Leute natürlich insgesamt so manipuliert weil diese vorteilbringenden Irrtümer kommen ja in den Köpfen der der Kundschaft als parasitäre Mema als als Killerviren des Geistes hochmanipulativ an und bedeuten eine riesige Gehirnwäsche und dadurch werden die Leute dann sich falsch ernähren falsch leben krank werden unglücklich werden und dann extrem kaufsüchtig shopping süchtig werden und unser Früharzt und Frühhändler macht riesige Gewinne dadurch kann hier ein leibliches Kind hier drei leibliche Enkel dann schon ernähren vier leibliche Urenkel das wird er vielleicht noch miterleben und dann sozusagen der Vorfahre nicht nur von Drosten, Wieler und Lauterbach sondern auch von Alnatura Aldi und Lidl und Co und so weiter und und hier finden sich dann geistige Schüler die also die ganzen Vorteil bringen den Irrtümer lernen als Lebens als Händler sozusagen und als Frühärzte und insofern sind das dann die geistigen Vorfahren werden das von den Drosten, Wielers und Lauterbachs und den Alnaturas Basics Aldis und Co ja so und so funktioniert die Welt ja und das ist und auch wenn Sie jetzt vielleicht meinen Sie ahnen dass es da einen antikooperativen Aspekt in dem Ganzen ist lassen Sie sich von mir sagen Sie unterschätzen das um den Faktor 1000 da ist tausendmal mehr auch finanzieller Gewinn möglich als Sie das jemals einschätzen können weil Ihnen diese 50 Jahre Erfahrung mit dieser Sache einfach fehlen das ist einfach so so dann muss ich hier wieder hin ja genau ich wollte wieder zu meinem Bildchen zurück ja dann habe ich diese Seite wohl auch erledigt ja dann war es das schon also sprechen Sie mit den Parteien treten Sie ein in den Parteien als Mitglied und machen Sie Ihnen klar ein Parteiprogramm ohne das Potenzial von 56 Prozent das die Reformen der Next Scientists for Future haben die auch diesen antikooperativen Aspekt beheben als den das größte Problem der Menschheit ja und als auch die Ursache für alle die merkwürdigen Erscheinungen der letzten Monate dann sagen sprechen Sie mit denen darüber muss die Basis der Partei konsensieren dass sie die acht externen Reformer also die Next Scientists for Future und die Gemeinwohl Ökonomie und Professor Hans Werner Sinn und so weiter also die acht externen Reformer noch mit dazu nimmt und wenn das beim Konsensieren vielleicht weil die Parteimitglieder so weit von einer repräsentativen Wähler Stichprobe entfernt sind dann ist es halt so dann haben die Parteien einfach die falschen Mitglieder das ist oft so also bei der AfD bei den vielen Rechtsradikalen die dort Mitglied sind hätten wir auch keine Chance weil das einfach deren geistige Möglichkeiten überschreitet über übersteigt über den antikooperativen Aspekt auch nur nachzudenken die denken eher an wen können wir totschlagen und dann wen können wir zum Führer machen oder so also von daher mit solchen Primitiven da haben wir keine Chance aber die Hoffnung ist ja immer noch dass die Basis der beiden Parteien nicht überwiegend aus Linksradikalen besteht sondern eben durchaus auch aus einigen gemäßigten Linken und die würden dann auch alle eben dafür stimmen dass man diese acht externen Reformer mit in Berücksichtigung ziehen sollte bei jeder Reform bei jedem Wahlprogramms Punkt und dann hätten wir hätte das Ganze eine Chance dass wir wirklich eine echte neue große Volkspartei bekommen mit der Hilfe der externen Reformer die ja bis jetzt immer noch unentgeltlich sind weil ja dieser Austritt aus den Next Scientists for Future wenn dann die besten Leute weg sind und kommerziell tätig sind dann nützt natürlich der Weltrat nichts mehr weil wenn die besten Leute weg sind denn das Ganze ist viel mehr als die Summe seiner Einzelteile aber natürlich gibt es ein paar Leute die so gut sind dass sie wenn die dann rausgehen und kommerziell tätig werden und nicht mehr unentgeltlich zur Verfügung stehen würden dann wäre die Qualität der Reformkonzepte des Weltrates nur noch ein Hundertstel der vorherigen Qualität und dann kann man es auch vergessen mit dem Weltrat dann würde ich selbst darauf nichts mehr geben und ja also das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute und wie gesagt holen Sie denken Sie darüber nach welche Kontakte Sie haben wie Sie vielleicht an diese Milliarde die wir jetzt ja quasi als Prämie ausgesetzt haben die wie Sie vielleicht einen Teil dieser Milliarde sich verdienen können indem Sie irgendeinen Weg finden dass die Großunternehmen der Welt und die Staaten der Welt sich sozusagen vom besten Großunternehmenscoaching und Staatscoaching aller Zeiten beraten lassen und dafür dann vielleicht die Großunternehmen und Staaten auch sehr viel Geld überweisen man kann ja so vorgehen dass die Großunternehmen erst nachdem sie die ersten Gewinne eingefahren haben aufgrund des Großunternehmen Coachings sozusagen die ersten Millionen eingefahren sind dass sie davon dann circa 50% an die überweisen und davon kriegen sie dann von diesen 50% kriegen sie dann 90% und müssten dieses Geld dann natürlich mit ihren Partnern wiederum wahrscheinlich teilen und wenn wir dann sozusagen für jeden weiteren Schritt müssten dann die Unternehmen dann auch schon vielleicht Vorab Überweisungen machen dann kommen sie noch schneller an ihre 90% davon also das ist diese riesen Verdienst Möglichkeiten bestehen und wenn sie jetzt schon ja richtig vielleicht verstanden haben vielleicht immerhin schon ein tausendstel von dem antikooperativen Aspekt und den darin steckenden darin schlummernden Gewinnmöglichkeiten erahnen dann können sie das ja zumindest das ist vielleicht dann schon mal an die Großunternehmen weitergeben und wir können denen dann immer wieder versuchen klarzumachen ja das ist noch da ist noch tausendmal mehr Gewinn drin als sie jetzt schon erahnen können weil ihnen einfach dafür die naturwissenschaftliche Vorerfahrung und Vorbildung fehlt der Blick dafür fehlt wenn sie auf ihr Unternehmen blicken sehen sie nicht die die next scientists for future sehen da gehen Millionen Gelder verloren da gehen tausende euros verloren da gehen hunderttausende euros verloren und so weiter und wie man die einsparen kann und die als Gewinn verbuchen kann ja das war es dann wohl für jetzt tschüssi bis bald das soll tun Vielen Dank.